Emoji-To, das emotionale, geniale Partyspiel. Lustig, bunt und voller liebevoll gestalteter Motiven. Das boxende Känguru hängt erschöpft in den Seilen. Die Vogelscheuche ist genervt von dem Gezwitscher der Vögel. Das Bügeleisen lässt Dampf ab und der Eisbär probiert selig seine Schlittschuhe aus. Die Aufgabe der Spieler ist es, Gefühle, die auf den Spielkarten abgebildet sind, mimisch oder mit Geräuschen auszudrücken. Je nachdem, auf welchem Feld die Spielfigur steht. Wenn die Mitspieler die richtige Karte erraten haben, dürfen sowohl Darsteller als auch der Erste mit der richtigen Antwort auf dem Spielfeld Richtung Ziel vorrücken. Und zwar drei. Man kann miteinander, gegeneinander oder in Teams spielen. Das macht nicht nur tierischen Spaß, man lernt auch einiges. Über die eigenen Emotionen und über die der anderen. Das Spiel ist für 2-14 Spieler ab 7 Jahre, dauert ca. 30 Minuten und kostet ca. 22 Euro.